Das Besondere am Praktikum bei Pfizer ist das tolle Teamgefühl. Alle sind sehr nett, man kann immer Fragen stellen und auf jeden zugehen. Außerdem haben alle Praktikanten BetreuerInnen, die einen im Praktikumsalltag unterstützen. Jede Woche haben wir Gespräche, in denen wir uns über Aufgaben und Ziele abstimmen. Zusätzlich gibt es das Young Professionals Network at Pfizer mit Praktikanten, Trainees und Werkstudenten. Hier werden regelmäßig Treffen organisiert, bei denen man sich austauschen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017